ein herzliches willkommen zurück zu full throttle so wir befinden uns auf so einem komischen lkw wird nicht beenden und da müssen wir irgendwas tun so wir gucken hier haben wir das motorrad das wollen wir nicht das ist das das ist hier was ok jetzt ich glaube nicht kann ich hier irgendwas reinlegen aha ich weiß was ich mache warte mal die diesen stock verlieben geht das naja geht doch ok dann können wir hier den hier rein ist der stock wo ist das hier benzinleitung er bewegt sich nicht ja das schrauben ab ich sehe nicht wie es eine mutter hä es sind verschiedene ok probieren wir einfach jede mal aus jede benzinleitung ich sehe nicht wie es eine mutter ok ist natürlich sehr schade probieren wir da also alle guten dinge sind drei schade niemand schreibt sich weil die hinten angeschraubt ja dann haben wir es geschafft hast du nicht gesagt dieses teil kann sich nicht bewegen ich habe gesagt es kann nicht fliegen ich habe nie gesagt es kann drücken naja aber fliegen wäre nicht schlecht weil wir auf die schlucht zurasen ripburger du wirst uns alle umbringen pssch ben ruiniere doch nicht das ende wie hält man das teil an im cockpit mhm mal schauen ob das geht oder er beschießt mich ja hab ich gedacht schnell ok das verstehe ich jetzt nicht warum ich da entkommen konnte aber mir soll es recht sein so viele thema instrumente die hätte ich gebrauchen können oje mini kann ich lenken verdammt was machst du halt oben schwarz schwarz was ist das kontrollsystem take off nee notfall notorschaden überhitzung maschine aus reagiert nicht notfall kontrollverlust ah nee warte mal bremssystem notbremsen beide bremsen ja hä höh höh autopilot ein vor take off ne nach take off fuck ich glaube da muss sich jemand sehr schnell beeilen lass mich nochmal versuchen auber zu nehmen da auch noch mit zeit so dann schalten wir dieses ding an was was war takeoff nach takeoff Fahrgestell reinfahren das ist doch kacke was hast du gemacht bremsten vorsicht doch nicht geschafft oder was schön geiles gefühl Ben, Ben, bist du am Leben? Ich schon, aber was ist mit Ripburger? Ich kann ihn sehen, er rührt sich nicht Kletter schnell zurück Vorsicht, Ben! Ich werde dich und deine Freunde mit mir nehmen, Ben Alles was du nimmst ist die falsche Medizin, Rip Ok, Scheißentrick Ah, ich kann hier Oh, das ist aber auch dumm, was ich hier mache Und wieder so ein dummes Ding Was, dieses Fahrzeug wurde gestohlen Frachtmenü Gewicht, Zustand Ja, ja, weiter Ich stütze uns ab Motormenü Ähm, ich glaube das war falsch Ja, ich glaube das war sehr falsch, was ich gemacht habe Nein Lass mich nochmal Ja, bitte Also der Typ beschießt mich Das heißt, ich kann nicht zurück In das Ding kann ich gehen Ben Ben Kletter schnell zurück Kann ich hier irgendwo Was ist denn das? Ein Bürger Ziemlich verhaltensgestörter Köter Ich komme nicht dran Ich komme nicht dran Ok, ich muss hier irgendwas machen Ja, weiß ich Hauptmenü Ne, das machen wir auf keinen Fall Oh, prima Verteidigungsmenü Schutzsysteme Anhänger entriegeln Ah, das ist untersagt leider Ja, 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 ja Ist gut Motormenü Dürft man nicht Verteidigungsmenü Schutzsysteme Was ist da? Radkappe Benzinleitung Fenstergitter Der hängt doch Vielleicht am Maschinengewehr Kann es sein? Einstellen Schießen Ja Er hängt da dran Ich glaube Du hast gerade eine Möwe erwischt Ok, ich habe eine Idee Ich tue jetzt Guck mal was ich Verteidigungsmenü Hä, ich habe doch gar nichts gedrückt Ach, ich habe Es ist wieder Zeit Ja, ok Also Maschinengewehr Wenn ich vielleicht mehrfach schieße Löst sich da sein Sein Mantel auf Oder Mal schauen ob ich die bewegen kann Weil wenn ich die bewegen kann Muss ich ja das Gewehr einfach nur nach unten richten Soweit wie es geht Soweit wie es geht Na jetzt ist das Jetzt warten wir es vor Warten wir mal ab Ben Ben Ja Ok Ich beeile mich auch jetzt Los Verteidigungsmenü Maschinengewehre Kontrolle Wartung Information Kontrolle Was ist einstellen Ja Einstellen Ah Senken Oh Na toll Maschinengewehr Kontrolle Wenn ich die ausschalte Perfekt Sehr gut So muss das sein Und jetzt schnell zurückklettern Komm, komm, komm Ich habe keine Zeit Nun, das beantwortet die Frage Oh Gott ist das eklig das Gefühl Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Okay, perfekt. Wartet, kommt zurück. Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug. Was muss ich machen? Raus. Schaff ich's? Hä? Hm. Lass mich nochmal versuchen. Oder ich muss einfach schneller sein. Okay, Maschinengewehr, schnell rein. Kann ja nicht so schwer sein. Bin fast schon am Ziel. Ja, ja. Ben! Ben! Der Händler geht wirklich ab. Also, rein. Maschinengewehr. Hauptmenü, Verteidigungssystem, Kontrolle, was glaub ich... Ja, Kontrolle, System aus. Was steht da eigentlich drauf? Camp Peter, Colin. Ah, sehr geil. So, schnell, 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 schnell. Nicht poetisch. Ja, ja, ja. Komm, komm. Das war aber knapp. So. Wartet, kommt zurück. Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug. Äquisten. So, schnell, schnell, schnell. Nee. Das gelingt nicht. Aber ich habe irgendwie... Da ist ja so ein Rad, oder was das auch war, noch ab. Lass mich nochmal versuchen. Lass mich nochmal versuchen. Ei, 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 ei. Ben! Ben! Kletter schnell zurück! Ja. Mach ich, mach ich. Hauptmenü, Verteidigung, Maschinengewehre, Kontrolle, System aus. Und jetzt mache ich folgendes. Ich speichere jetzt mal ganz kurz. Und dann sehen wir weiter. So. Komm zurück. Das passiert mit dir, wenn du einer geregelten Arbeit nachgehst. Oh, Mann. Das kann doch nicht so schwer sein. Wartet, kommt zurück. Wir brauchen euer Gewicht im Flugzeug. So, speichern. 95% geschafft. Ja, also. Ich habe hier unbegrenzt Zeit. Und hier ist was. Hier war was. Ja, also. Sag ich doch. Auf Spike. Hätte ich gar nicht speichern müssen. Oh, komm, 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 komm. Ja. Geschafft. Das Leben war ein Spiel für ihn. Und er spielte es mit seinen eigenen Reden. Er war ein Rätsel für die meisten von uns. Und doch war er Inspiration für uns alle. Er gab uns Freiheit. Er gab uns Stärke. Er gab uns Flügel. Er gab uns Räder. Ich danke Malcolm Corley, dass er uns einen Traum gab, der niemals sterben wird. Also dann. Also dann. Äh, vielleicht können wir demnächst mal zusammen essen. Ja, cool. Ja, klar. Essen gehen klingt gut. Ben, es wird sich doch überhaupt nichts ändern, oder? Ich meine nur, weil ich jetzt die Firma leite und in einer Villa wohne und in Limousinen rumfahre. Ich meine, das alles bedeutet auch nicht, dass wir keine Zeit mehr zusammen verbringen können, oder? Moe, hör mal. Du spielst jetzt in einer anderen Liga. Ja, du solltest dich nicht mehr mit solchen Typen wie mir abgeben. Aber Ben... Nur eine Sekunde. Ja, hallo? Was hat der? Nein, nein, nein. Das ist verrückt. Ist der durchgedreht? Verschieben Sie die Konferenz auf 5 und sagen Sie dem Vorarbeiter, dass ich gleich selber rüberkomme, um die Teile zu kontrollieren. Ich weiß, ich weiß, das habe ich mir ja gesagt. Ben ist weg. Ja, dachte ich mir. Oh, schade. Entschuldigung, was haben Sie gerade gesagt? Nein, nein, nein. Sie hätten mit dieser Legierung anfangen müssen. Ja, ja. Aha. Ja. Gut. Großartig. Tja. Ja, cool. Also nicht in Memory of Roy Konrad, sondern das Spiel war witzig, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ich hoffe, es ist euch auch so ergangen. Ich lasse wie immer den Abspann schön laufen und sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Projekt wieder. So, bis denn. Tschüss. Ja, und tatsächlich passiert noch was am Abspann. Ganz am Ende. Also wer sich das angucken will, ich möge einfach ein bisschen weiter vorspulen oder sich den Abspann in aller Ruhe reinziehen. Ja, auf jeden Fall hobbeln ein paar Hasen noch über die Straße. Nichts weltbewegendes, aber ich fand es ganz nett. Gut. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017